Das Engagement der Dieter-Schwarz-Stiftung war für mich persönlich wirklich herausragend. Nicht nur, weil es von der finanziellen Seite natürlich uns einige Sorgen vielleicht auch genommen hat, sondern weil die Schule dadurch die Möglichkeit hat, unglaubliche Professoren, Fachleute aus den verschiedensten Ländern hierher zu bringen, die uns dann ihr Wissen auch einfach weitergeben können. Sondern zusätzlich kam noch ein für mich ganz kritischer Punkt, die Veranstaltungen, die die Dieter-Schwarz-Stiftung uns ermöglicht hat. Seien es die General-Context-Programme, andere Vorträge, die hier gehalten wurden von wirklich tollen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft auch. Das Gleiche gilt auch für meine Mitstudenten. Und so war das eine tolle Lernerfahrung, genau wie ich es mir ursprünglich gewünscht habe. Ich habe Herrn Dr. Klotz, der GGS-Ansprechpartner im Endeffekt in der Dieter-Schwarz-Stiftung ist, kennengelernt auf einigen Veranstaltungen, natürlich auch auf Graduierungsfeiern vorher und habe mich mit ihm auch ein paar Mal unterhalten können und habe ihm auch sagen können, was das für uns Studenten alles bedeutet, weil es einfach wirklich ein beispielhaftes und selten gefundenes Engagement ist, das die Dieter-Schwarz-Stiftung hier zeigt. Und das sollte ein Beispiel sein für alle, die die Möglichkeit haben, so viel zu geben.